Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, ob die Juwel Rio Reihe ein gutes Einsteigerset ist. Also, Film ab und viel Spaß! Okay, lasst mich zu Beginn noch zwei Sachen klarstellen. Zum einen, das ist hier keine Kooperation oder es hat auch keine Absprache mit Juwel stattgefunden. Denn der zweite Punkt ist, ich habe wirklich selber acht Jahre lang, auch selbst gekauft damals, ein Becken besessen, das Rio 125 und denke deswegen, dass ich halt ganz gut hier die Erfahrungen, die ich mit dem Becken gemacht habe, hier in dieses Video einbringen kann. Okay, kommen wir dann vielleicht zu den allgemeinen Fakten. Ich beziehe mich jetzt hier speziell auf das Rio 125. Das Ganze kann man aber natürlich auch auf die ganze Rio Reihe ausweiten, weil es halt einfach nur in der Größe skaliert wird. Wenn wir uns einmal die allgemeinen Fakten angucken, dann stellen wir fest, okay, das Rio 125, die Zahl dahinter steht für die Literanzahl, also das Volumen des Beckens, in dem Falle halt 125 Liter. Diese 125 Liter verteilen sich auf eine Grundfläche von 81 cm bzw. 36 cm in der Tiefe. Und ja, das ganze Set quasi, also es ist ein Standard-Set, besteht dann aus dem Aquarium. Gegebenenfalls kann man sich den Unterschrank noch dazu kaufen und dann natürlich der Beleuchtung, dem Filter bzw. halt auch einem Heizer. Okay, kommen wir dann mal zu der Meinung bzw. zu den Erfahrungen, die ich mit den einzelnen Teilen des Sets gemacht habe. Starten möchte ich da mit dem Aquarium bzw. im Unterschrank. Im Allgemeinen kann man eigentlich sagen, dass das Aquarium ja recht gut verarbeitet war. Mir sind jetzt keine Mängel aufgefallen in der Zeit, die es hatte. Ich hatte jetzt mein Becken ja acht Jahre lang und ich glaube, es hätte auch noch viel, viel weiter. Ja, also die Lebenserwartung ist nicht acht Jahre, sondern keine Ahnung, viel mehr auf jeden Fall. Juwel gibt da jetzt keine genaue Auskunft darüber an. Das heißt nur auf der Webseite, okay, wir haben halt Kunden, die das auch schon 20 Jahre einsetzen. Also ich bin auch der Meinung, dass mein Becken länger als acht Jahre gehalten hätte, wenn ich es jetzt nicht ausgetauscht haben wollte gegen das Becken, was ich jetzt hier habe. Okay, kommen wir dann vielleicht zum Unterschrank. Der Unterschrank ist ja auch relativ wichtig. Gerade wenn wir uns große Aquarien angucken, brauchen wir natürlich einen Unterschrank, der wirklich stabil ist, wo man nicht die Angst haben muss, dass das Aquarium irgendwie mal zusammenbricht. Wenn man jetzt überlegt, okay, ich habe ein 120, 200 Liter Becken, da kommt natürlich noch Kies, Steine rein, was auch immer. Das Wasser hat natürlich auch sein Gewicht. Dann lastet natürlich einiges auf dem Schrank. Von daher sollte der wirklich stabil sein. Und da kann ich sagen, dass der Unterschrank, den ich damals hatte, wirklich sehr stabil war. Jetzt muss man sagen, den ich damals hatte, denn in dem neuen Modell, was jetzt Juwel quasi der Rio-Reihe hinzugefügt hat, ist der Unterschrank ein bisschen anders aufgebaut. Da kommen wir aber auch schon zu einem Vorteil, nämlich eigentlich dieses neuen Modells, denn mein Unterschrank war eher so ein Sockeltyp. Das heißt, das füllte nicht die komplette 81 Zentimeter Breite aus, sondern nur, ich glaube, 60 Zentimeter oder sowas. Das heißt, es stand wie auf einem Sockel. Und in der neueren Version dieser Rio-Reihe hat Juwel das gegen einen flächigen Unterschrank ausgetauscht, was aus meiner Sicht halt den Vorteil bringt, dass man noch mehr Stauraum hat. Ich habe in meinen alten Unterschrank zwar auch schon meinen Außenfilter bzw. eine CO2-Anlage unterbringen können, aber so hat man noch mal mehr Stauraum und kann dann auch anderes Zubehör noch damit unterbringen. Von daher auch ein großer Pluspunkt. Ansonsten denke ich auch, dass die Stabilität nicht weiter dadurch gelitten hat, dass man da jetzt ein neues Modell herausgebracht hat. Und ja, so viel zum Unterschrank. Okay, kommen wir dann mal zur Beleuchtung. Da werden wir feststellen, dass sich da ein bisschen was getan hat zu meinem alten Becken. In meinem alten Becken hatte ich noch T5-Leuchtstoffröhren drin. Das hat die Juwelen natürlich jetzt mal angepasst auf die LED-Beleuchtung. Das heißt, man setzt hier auf LED-Röhrenbeleuchtung diese halt in zwei unterschiedlichen Formen. Einmal der Day, einmal der Nature, um unterschiedliche Farbtemperaturen quasi darin abzugrasen. Diese beiden Röhren haben jeweils 14 Watt. Jetzt wird der ein oder andere sich vielleicht fragen, okay, wie könnten wir das jetzt gut vergleichen. Wenn du noch nicht so fit bist in der Beleuchtung im Aquarium, verlinke ich dir hier oben mal ein Video von mir. Da kannst du mal gerne gucken, wie man untereinander LED-Beleuchtungen, gerade LED-Beleuchtungen vergleichen kann. Da werden wir feststellen, okay, der Watt-Wert macht jetzt nicht mehr wirklich Sinn. Deswegen habe ich das Ganze nochmal ein bisschen umgerechnet, nämlich auf Lumen. Und diese beiden Röhren zusammen ergeben eine Lumenanzahl von 3220 Lumen. Und wenn man das dann durch die Anzahl der Lumen, äh, der Anzahl der Liter teilt, dann hat man so einen Vergleichswert letztendlich. Ich habe jetzt hier einfach mal 115 Liter angenommen, da man natürlich die 125 Liter nicht wirklich erreichen wird. Das wäre quasi, wenn man das bis oben hin füllen würde. Da ziehe ich jetzt einfach mal oder habe zehn Liter abgezogen. Das heißt, 115 Liter, also diese 3200 Irgendwatt-Blumen durch die 115 Liter ergibt dann 28 Lumen pro Liter. Und 28 Lumen pro Liter ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Es ist aber auch jetzt nicht wirklich gut. Man sollte vielleicht dabei wissen, dass, ja, ich sage mal, diese Standardsets, die man irgendwie kaufen kann, egal ob es jetzt von Juwel, Tetra oder was auch immer ist, da ist die Beleuchtung jetzt nicht immer ganz so gut. Also man merkt halt schon, dass es ja eine Budgetlösung in Anführungsstrichen ist. Ähm, von daher 28 Lumen pro Liter liegt so im unteren, mittleren, ähm, Helligkeitsbereich, wenn wir das Ganze mal uns genauer betrachten. Wie gesagt, oben das Video, da habe ich das nochmal ganz genau aufgeschlüsselt. Ähm, das heißt eigentlich, wenn du jetzt nicht wirklich lichthungrige Pflanzen oder gerade Bodendecker auch pflegen willst, kommst du mit dieser Beleuchtung, ja, ich sage mal, relativ weit. Also gerade auch, wenn man vielleicht in die Aquaristik einsteigt und wirklich in der traditionellen Aquaristik bleibt, dann mögen es auch die meisten Aquarienbewohner, wenn man eher so ein nicht stark beleuchtetes Becken hat. Also von daher ist die Beleuchtung an der Stelle okay. Wenn du aber jetzt wirklich ähm, anspruchsvolle Pflanzen pflegen willst, vielleicht auch Bodendecker pflegen willst, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob das zum einen das richtige Becken ist, beziehungsweise wenn du sagst, hey, das Becken will ich haben, ob man da nicht vielleicht einen Zusatzbalken mit reinbringt, um noch ein bisschen mehr Helligkeit zu bekommen. Okay, kommen wir dann zum Innenfilter. Der Innenfilter ist ein wenig anders. Ich hatte zwar auch einen BioFlow, aber heutzutage setzt Juwel auf den BioFlow M, äh, quasi nochmal einer neuen Stufe des Innenfilters. Bei meinem alten Innenfilter kann ich sagen, okay, es war ein recht solider Innenfilter, also hat genug Filterleistung gehabt, beziehungsweise hat auch genug Möglichkeiten, irgendwie Filtermaterial unterzubringen. Ich habe aber zwei, ja, Kritikpunkte an der Stelle vielleicht. Zum einen ist es die Lautstärke, also der Filter ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Triebwerk da irgendwie drin, sondern dadurch, dass er halt, ähm, ja, einen losen Deckel hat, kann es halt da zu Resonanzen kommen. Da kann man den Deckel natürlich auch einfach abnehmen, aber das fand ich jetzt nicht ganz so gut gelöst. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Innenfilter verklebt ist. Das habe ich früher, als ich das Becken bekommen habe, überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte so, ja, okay, den Filter kann man rausnehmen. Äh, äh, ist nicht. Der ist mit, äh, ja, Silikonpads quasi an den Scheiben festgeklebt. Es kann seine Vorteile haben, es kann aber auch Nachteile haben. Und ich habe mich nachher dazu entschieden, den Filter quasi zu entfernen aus dem Becken. Das war eine etwas friemelige Arbeit. Ich würde auch keinem empfehlen, den Filter wirklich aus dem Becken rauszuschneiden, ähm, gerade wenn du noch irgendwie Garantie auf dem Becken hast. Ich weiß nicht, inwiefern das die Garantie deines Beckens beeinträchtigt. Von daher würde ich auf jeden Fall, solange wie du Garantie hast, den Filter drinnen halten. Danach kann man sich überlegen, okay, mache ich ihn raus, tausche ich ihn zum Beispiel gegen einen anderen Innenfilter oder besser noch vielleicht gegen einen Außenfilter aus. Das ist halt so die Frage an der Stelle. An sich muss man sagen, der Filter ist halt relativ solide. Es gibt halt diese zwei Kritikpunkte. Aber wenn du jetzt sagst, okay, das stört mich jetzt nicht weiter, ist es ein Filter, den man auf jeden Fall dann schon im Becken drin hat, der auch einigermaßen gut alles filtern kann. Okay, kommen wir dann noch zum letzten Teil dieses Sets, dem Heizer. Und da kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, denn es ist halt ein ganz normaler, stinknormaler Heizer. Ja, also, ähm, da gibt es jetzt auch nicht viel, was man falsch machen kann. Die Heizer haben oben alle eine Temperaturanzeige beziehungsweise Temperatureinstellmöglichkeit. Das heißt, der Heizer geht nur an, wenn die Temperatur unterschritten ist und geht natürlich aus, wenn die Temperatur erreicht ist. Und so ist es halt auch hier. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Okay, kommen wir dann zu meinem Fazit des Rio 125. Aus meiner Sicht ist das Rio 125 eine wirklich, ja, ein solides Becken, was gerade auch für Anfänger geeignet ist. Es ist stabil, es ist gut verarbeitet, bringt schon alle, ja, Produkte, die man wirklich für den Start in der Aquaristik braucht mit, außer vielleicht Fische, Kies und sowas alles. Aber wir haben halt hier das ganz klassische, ich nenne es jetzt einfach mal Plug-and-Play-Modell. Ähm, das heißt, man hat wirklich alle Komponenten da mit drin. Die sind aufeinander auch abgestimmt. Das heißt, man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Okay, ähm, welche Beleuchtung brauche ich jetzt? Welchen Filter? Gerade als Anfänger hat man vielleicht nicht die Erfahrung, welcher Filter jetzt gut ist. Von daher, ähm, ist es eigentlich schon ganz okay so, dass man so starten kann. Ähm, das Set bietet aber halt zwei Kritikpunkte aus meiner Sicht. Dann ist es aber einmal die Beleuchtung, dass sie halt noch, ich sag mal, relativ schwach ist. Na, also, ihr werdet da keine großen Probleme mit haben, wenn ihr nicht lichthungrige Pflanzen pflegen wollt. Ansonsten ist noch ein Kritikpunkt an meiner Stelle, dass, ähm, ja, der Filter fest verklebt ist. Das heißt, dass man den nicht so einfach mal eben aus dem Becken entfernen kann. Kann aber natürlich auch, ähm, ein Positivpunkt werden. Okay, soviel zu diesem Aquarium. Wirklich, ich hab's acht Jahre lang gehabt, äh, fand's, fand die Zeit, diese acht Jahre lang wirklich sehr cool damit. Ähm, von daher würde ich sagen, okay, das war's jetzt von diesem Video. Schreib mir mal gerne unten deine Meinung zu dem Becken in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.